Guten Abend, bei dem Thema CO2, da sage ich mal andersrum, wir, wir sind dumm, wir, die wir wissen, dass das CO2 fast keinen Einfluss aufs Klima hat und wenn es wärmer wird oder sonst was, vollkommen egal, also CO2 ist auf keinen Fall so daran schuld, wie es uns dargestellt wird. Ich mache auch noch Videos, nehme noch die Leute auf die Schippe, mache noch Späße, beweise das auch noch, ja gut, was hilft's? Erstens hören die sowieso nicht drauf, die Klima-Indioten und zweitens, schade um die Zeit. Es geht auch um ganz andere Dinge und darüber kann man diskutieren, das kann man alles noch auseinanderwalzen und so weiter und so fort, aber wir brauchen Lösungsvorschläge, wie wir aus diesem Teufelskreislauf wieder rauskommen. Das war mit Corona genauso. Das wurde alles vorgeschoben, um uns vom Eigentlichen abzulenken, aber wir sollten Wissen erwerben, damit wir aus diesem Teufelskreis wieder hinauskommen. Bis zum nächsten Video. Einen schönen Abend wünsche ich allen. Bis dann. Tschüss, tschüss.